Ich stehe hier am Lütze-Stand auf der Hannover Messe 2019 mit Christian Scheele, dem Geschäftsführer der Kramer Industrieprodukte GmbH aus Essen. Herr Scheele, Ihr Unternehmen ist Partner für die Industrie von der Planung bis zum fertigen Produkt. Welche Dienstleistungen und Services bieten Sie für welche Branchen? Die Kramer Industrieprodukte GmbH bietet ein breites Spektrum an Kennzeichnungen, Etikettiersystemen und Schaltbildern, besonders auch als Sonderlösung. Außerdem liefern wir unsere Kunden mit Industrieleitungen, elektronischen und elektrotechnischen Komponenten und Systemlösungen für die Automatisierung. Zu unseren Kunden gehören namhafte Unternehmen, zum Beispiel aus dem Bergbau, der Chemie, der Lebensmittelindustrie und der Spannungsversorgung und das Ganze weltweit. Herr Scheele, Ihr Unternehmen arbeitet bereits seit Jahrzehnten sehr eng mit Lütze zusammen. Wo ist das Erfolgsgeheimnis für eine so lange Geschäftsbeziehung? Ja, in der Tat. Es dürften mittlerweile und zwischenzeitlich fast 45 Jahre sein. Lütze war für uns schon immer ein lösungsorientierter Partner mit hohem Kundennutzen. Grundlage unserer Kooperation ist, eine gemeinsame Lösung für den Kunden zu erarbeiten. Nur wenn der Kunde zufrieden ist, sind wir es auch. Natürlich muss aber auch das Produktportfolio stimmen. Ja, ganz klar. Lütze bietet ein breit aufgestelltes Angebot für die Automatisierung, welches unsere Produktpalette perfekt ergänzt. Besonders erwähnenswert sind hier im Bereich der Stromversorgung die Lütze-Netzgeräte mit Verbindung in der intelligenten Stromüberwachung Lockbox. Gerade bei der Industrie 4.0-Anwendung kommt eine zufälligste Stromversorgung nur dann zum Tragen, wenn auch ein geeignetes Schutzkonzept vorliegt, welches zum Beispiel die Einbindung in die Kommunikationsebene ermöglicht. In unserem Vorbereitungsgespräch hatten Sie ja auch das Airstream-Verdrahtungssystem erwähnt. Ja, Airstream ist ein System, das wir sehr gerne unseren Kunden empfehlen, weil wir davon überzeugt sind. Inwiefern überzeugt Sie das Lütze-System? Airstream ist ganzheitlich und durchdacht. Es besticht durch eine einfache Anwendung und maximale Flexibilität, zum Beispiel bei späteren Änderungen und Nachverdrahtungen. Zudem spart es bis zu 30 Prozent im Schaltschrank ein, was unseren Kunden zugutekommt und Lösungen ermöglicht, die bei der Montagetafel einfach nicht umsetzbar sind. Das System ist überall dort ideal, wo es Platzprobleme gibt. Airstream sorgt außerdem für eine Homogenisierung des Schaltschrankklimas. Durch den Wegfall der Kabelkanäle und Zubehör wie den Airblower ist es möglich, wärmedingte Ausfallelektronik zu vermeiden. Vielen Dank für die interessanten Einblicke in die Kramer Industrieprodukte GmbH. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war der Körperschrankklima, in der Kabelwand,